Hey, das bin ja ich. Willkommen zurück, let's play Dirk of Caboose. Und wir haben jetzt endlich diese Schlüsselkarte, wir haben kaum noch Munition. Oh, da hat jemand tatsächlich an mich gedacht. Sehr schön. Dann wollen wir doch gleich mal Pistolen, Munition. Ach, wie gut, dass ich nur noch 450 GIL habe. Na gut, okay, okay. Dann holen wir uns halt eben noch so viel wie geht. Ja, bitte. Kauf hin, Kauf hin. Ich will das Kauf hin. Ja, schön. 45 Schuss haben wir jetzt. Und Freiwild. Straßenwild auch genannt. So, wir stehen hier mitten in der Botanik. Mitten im Nirgendwo. Oh, was haben wir denn da? Kann man noch zoomen? Ein Strauß oder so ein Vogel zumindest. Ja. Wie gesagt, Botanik. Aber auch die greifen uns an. Als ob es hier irgendwelche neutralen Gegner geben würde. Oh, ho, ho, ho. Bam. So, was haben wir denn da? Rote Äther. Hallo, du Vogel. Was haben wir hier? Rote Potion. Kann man nachladen. Boom. Da war noch einer irgendwo. Da ist er. Oh, da kommt er runtergejumpt. Aha. Na, wo ist denn euer fieser Fettsack? Euer Chef. Den hatte ich das letzte Mal auch schon so schön zerlegt. Ah, ja. Dong. Dong. Und einmal nachladen, bitte. Danke sehr. So, kompromisslos. So. Ein bisschen Konzentration hier. Muss ich mal gucken. Auch noch, was ist hier noch? Oh, oh. So. Ist ja nicht so, dass ich in diesem Spiel nicht dazu lerne. Auch mich auch nicht an die Steuerung gewöhne oder so. Na, nein. Alles ist schön. Ihr seht es ja selber. Zumindest diesen Nahkämpferviechern kann ich jetzt noch relativ gut ausweichen. Aber jetzt, wo ich es gesagt habe, werde ich natürlich so richtig schön auf den linken Hodensack bekommen. Oh, oh. My Käfer Alarm. Ah ja, jetzt kommen die auch noch dazu. Leute, echt. Macht das nicht. Au. Der lebt ja auch noch, dieser komische Käfer hier. So, was haben wir hier drin? Gewehrmunition und der Potion. Eingesammelt. Komm. Danke. Oha. Oha. Mal gucken. Habe ich nicht irgendwas, was ein bisschen leiser ist oder so? Ist hier ein bisschen viel, was da unten rumgeistert gerade. Hoppla. Das Gefühl, das kommt nicht so cool, was ich gerade veranstalte. Da kommt gleich was hochgelaufen. Bin ich mir ganz sicher. Oh, Käfer Alarm. Ey. Das ist genial, was ich hier gemacht habe. Die Käfer greifen jetzt diese Typen da an. Naja, das hätte ich aber auch mal eher wissen müssen. Jetzt habe ich da unten, anstatt Gegner, ähm, anstatt diese komischen Typen, habe ich da jetzt, ähm, Marienkäfer. Und das nicht zu knapp. So, mal gucken. Aha, da drüben steht da noch Dengar. Oder Danga. Nein, ich will das nicht greifen. Na komm. Nein. Ich will diese doofen Kisten da drüben greifen. Geht doch. Oh, Mann. Und da sehe ich meine Munition nach und nach schwinden. So, einer ist hier, glaube ich, noch. Boah, nö, ist klar. Dann trauen sich die hier aus ihrem Versteck raus. So. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier jetzt noch haben. Erstmal schön drumherum. Ah ja, ne Potion. Gerne gesehen, nehme ich an. So, da haben wir noch mehr Kram. Oh, das ist ordentlich Support hier. 100 Gil. Pistolenmunition. Oh, super. Nein. Nein. Nein, nein. Keine Marienkäfer. Käferchen können mir gerne gestohlen bleiben. Das war doch wieder so ein Viech, oder? Nö. Limit-Aktivator. Toll. Ich dachte, das bringt jetzt nichts mehr. Du. Gucken wir nochmal auf die Korte. Mhm. Bin ja schon fast am Ziel. Aber man nicht... Ah, ja. Super. Super. Wie viel? 2.100. Oh, super. Das heißt, ich kann endlich wieder Gewehrmunition kaufen. Ah, herrlich. Jetzt habe ich zumindest wieder 300 Gewehrmunition. Zack. Kann ich hier wieder ein bisschen mehr Terror stiften als vorher. So, schau mal das Visier an. Irgendwie zu ruhig hier. Aber es wird noch nebenbei ein bisschen zwischengespeichert. Oh, die gehören zu uns. Rette WRO-Soldaten. Ja, dann geht... Oh, wie ich das so liebe. Komm. So, wo haben wir da noch einen? Da haben wir noch einen. Noch mehr? Von euch? Nö. Super. Dann wollen wir hier nochmal ein bisschen aufräumen. Hm. Da ist nichts mehr. So. Zerstöre angreifende Hubschrauber. Wie soll ich denn das jetzt machen? Ah, gute Idee. Ich mache das mal auf vier Art und Weise. Hm. Irgendwie keine gute Idee gewesen. Wie soll ich denn hier diese Hubschrauber angreifen, bitte? Wenn die sich einfach nicht blicken lassen. Wollen wir da noch irgendwas? Nö, irgendwie nicht. Also, die müssten jetzt irgendwo da hinten sein. Wo? Yes. Wo? Nummer eins. Hat mich aber auch getroffen gleichzeitig. Muss ich davon 15 Stück zertippern oder was? Sind wir hier bei Space Invaders oder wie? Der nächste ist weg. Feuer! So, wo ist der nächste jetzt hin? Da ist er. So. Auch der hat sich in Luft aufgelöst. Feuer! Und der nächste ist im Eimer anscheinend. Jo. Damit hat sich auch der verabschiedet. Ich dachte, der ist schon weg. Feuer! Wir feuern da immer noch drauf, als ob der noch 5 Milliarden Lebenspunkte hat. So. Wo ist der nächste? Da ist der nächste. Au. Okay. Wird mal Zeit für eine Potion. Hubschrauber Nummer 5. Ist beim Absturz. Oh, ist gerade dabei abzustürzen. Wo? Wo? Und der nächste. Nur noch. Ja. Neun Hubschrauber. Die wir zerlegen müssen. Geh sie! Und sie! Nur noch 6. Ey! Was ist falsch? Drecks Homing Missiles hier. Geh sie! Geh sie! Und wo diesmal? Boah, ja ne. Ist klar. Ja. Überhaupt nicht übertrieben hier. Sechs Stück muss ich jetzt noch. Da kann ich sogar gleich wieder neun. Nochmal einen Trank nehmen. So, der ist... Boah, Leute. Nö, ist klar. Wie er hier meine Schüsse einfach mal abwehrt. Boah, 4 über. Das war mal ein schöner Absturz. Was? Wo? Wie? Wer? Was? Nö, ist klar. Jetzt kommen sie hier von den Seiten hier. Ja, komm. Boom. Boom. Key Card. Endlich. Wir können wieder ein Stückchen weiter. Ein bisschen Gil wäre ja nicht schlecht. Ne. Das ist doch... Nein, Mann. Ganz toll. Lebenspunkte umsonst verprasst. Munition umsonst verprasst. Oh, so ein Rotz. Ganz, ganz super gelaufen. Die Aktion hier. Was hab ich denn hier? Oh ja, super. Dafür krieg ich noch eine Gnadens-Potion. Na gut, bevor es hier weitergeht, gibt es erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns das gleich wieder, wenn es wieder heißt. Let's play Dirt of Cerberus. Oder später. Oder morgen. Oder übermorgen. Oder irgendwann in drei Wochen. Oder Monaten. Oder keine Ahnung. Oder Jahren. Ich hab keine Ahnung. Bis denn. Dirt of Cerberus. Vielen Dank.